Der alte Mac Pro im Tower-Format lässt sich gut und einfach aufrüsten. Ab dem Baujahr 2009 ist selbst ein Prozessortausch mit überschaubarem Aufwand möglich, beispielsweise um ein Modell mit mehr CPU-Kernen nachzurüsten. Zunächst entriegeln Sie an der Rückseite des Mac Pro die Seitenwand und öffnen das Gehäuse. Als nächstes ziehen Sie die Platine heraus, auf der RAM und Prozessor sitzen. Um sich mehr Platz zu verschaffen und Beschädigungen durch den Kühlkörper vorzubeugen, entnehmen Sie am besten auch den Arbeitsspeicher. Mit einem passenden Inbus-Schlüssel mit langem Hals lösen Sie nun die fünf Schrauben, die den Kühlkörper an der Platine halten. Bei unserem Mac Pro Baujahr 2009 reichte dafür ein 8er Schlüssel. Bei einem 2010er Modell brauchten wir für die letzte Schraube noch einen 9er. Allerdings konnten wir uns auch mit einem etwa gleich großen Kreuz-Schlitzschraubenzieher behelfen. Nachdem Sie den Kühlkörper entfernt haben, lösen Sie mit dem kleinen Hebelchen die Arretierung des CPU-Sockels, klappen den Halterahmen zurück und entnehmen vorsichtig den Prozessor. Achten Sie beim Einsetzen der neuen CPU auf die richtige Ausrichtung. Die beiden seitlichen Kerben müssen über den kleinen Näschen am Sockel sitzen. Ist der Prozessor wieder sicher im Sockel arretiert, tragen Sie einen etwa erbsengroßen Klecks Wärmeleitpaste auf die Mitte des Heatspreaders auf. Verteilen müssen Sie die Paste nicht, das geschieht später von allein, wenn der Kühler festgeschraubt wird. Bevor Sie den aber wieder aufsetzen, müssen Sie die alte Wärmeleitpaste entfernen. Säubern Sie die kupfernde Kontaktfläche also zuerst großflächig mit Haushaltspapier und ein wenig Reinigungsbenzin oder Wundalkohol, bis keine Rückstände mehr zu sehen sind. Nun kommt der Kühlkörper wieder auf den Prozessor. Die kleinen Führungsstifte helfen, ihn richtig zu positionieren. Zudem muss die Kontaktleiste vorn anschließend in Ihrer Buchse sitzen. Jetzt drehen Sie die Schrauben über Kreuz wieder fest, stecken die RAM-Module zurück in Ihre Bänke und schieben die Platine wieder in den Mac Pro. Hat alles geklappt, zeigen der Systembericht oder Tools wie Intels Mac CPU ID nun den neuen Prozessor an, in unserem Fall einen Xeon X5680 mit 6 Kernen und 3,33 GHz Takt.